Hey Thanos, hier möchte ich jetzt mit euch die Quest, das Clast Gambit machen. Die Quest startet man im Parent Sequence Raum bei Ergo Clast und da gehen wir jetzt einfach hin. Mit der Quest kann man sich auch den Index freischalten und später die Blaupause von Nidus. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe extra noch nicht im Relay angefangen, einfach damit ihr mal alles von Anfang an seht. Und jetzt warten wir bis der Timer abläuft. Okay, ich habe mich extra auch noch nicht erkundigt, was jetzt genau in dieser Questsache ist, aber so ein bisschen gespoilert wurde man. Also es geht irgendwie um den Korpus, es geht irgendwie um den Index und es soll super langweilig sein, zumindest die letzten paar Missionen. Aber man muss alles immer erst selbst ausprobieren, von daher machen wir das doch jetzt einfach mal. Oh, okay, die Syndikatsräume sind gar nicht in der Schnellreise drin. Das heißt, wir müssen zu Fuß gehen. Gibt Schlimmeres. Ich hätte eigentlich zu... Ah, egal. Red Vale und da ist Perrin Sequenz. Ich gehe da mal davon aus, dass es der hier ist. Okay, ich gehe da mal davon aus. Okay, ich gehe da mal davon aus. Okay. Die Bicona-Erner leben durch die biologischen Produkte des Infestes. Ein gefährliches Geschäft. Und wir Perrin haben sie immer einen fairen Wert für ihre Götter. Aber ich habe eine schwierige News bekommen. Der Klerik der Gründe, Nef-Anyo, hat seine Köln verletzt, mit mehreren Ressourcen, die sie beteiligen. Es scheint, dass er... Well, hier... Schau mal das. Der Klerik der Gründe hat unsere Götter und uns verletzt. Wir befest uns hier. Aber ich weiß nicht. Es ist meine Mutter und Vater, die ich überrascht bin. Kein die Götter, werden die Götter kommen. Sie werden schmerzen. Sie werden auch zu schmerzen. Das kann nicht passieren. Papa sagt, dass ich glücklich bin. Also, vielleicht sollte ich beteiligen? Ich beteilige für die Tenno kommen. Ich beteilige für die Tenno, um zu retten meine Familie zu retten. Hm. Das ist Newa. Sie wurde mit mehreren mehr Maikonianen. Die, die bleiben, sind unter Seed von der Infestation. Bevor wir die Newa und die anderen Kaptive retten, müssen wir die Maikonianen erstellen. Wie konnten wir jetzt Newa sehen? Weil die wurde doch entführt. Suche Generosität. Ich wusste, die Maikonianen könnten dir auf dich, Tenno. Oh Gott. Was haben wir hier? Newa's Zeichnung. Ah, okay. Agenten in der Zelle. Ah, das ist dann wahrscheinlich ein Bild, das man sich ins Raumschiff hängen kann. Tenno, ich vertraue Ergoglast. Aber eine Köln, die während der Infestation überlebt? Es scheint unmöglich. Hm. Ist die Quest schon ausgewählt? Okay. Oh, das war jetzt die Quest, die wir bekommen haben. Muss ich mal nachher schauen. Ne, ich gehe eher davon aus, es war nur die Quest und nicht eine Zeichnung, die wir uns in den Bilderrahmen hängen können. Okay. Fangen wir mal an. Okay. Fangen wir mal an. Ich bin gespannt an uns, was uns jetzt hier erwartet. Korpus Raumschiff? Okay. Okay. Ah, okay. Ein Heilfrauensschiff. In seiner Gluttonie, Mr. Año hat mehr als Maikonnas bemerkt. Er hat die Köln verlassen. Drei Gartenstelle führen in die Köln. Sie müssen alle, um zu schlafen. Gegner Level 26. Okay. Also, da muss ich mir schon mal keine Sorgen machen. Okay, kommen auch irgendwann wieder Gegner. Wäre ganz cool. Also, ich will mich ja nicht beklagen, aber ein bisschen fahren wäre schon cool. Doch, geht Ich werde dann noch eine schlafen, ab. um die advance die die Okay. Ah, Helios hat's schon gescannt. Scans immer noch. Ach, hier sind ja jede Menge von denen. Ach, komm. Hat der... Ich dachte gerade, der hätte Befall am Kopf gehabt. Hey, also das finde ich jetzt echt cool, dass hier überall die... ...Parent Sequin-Heinis rumlaufen. Sind das die? Bestimmt. Wenn ich richtig gesehen habe, haben die die Ambrilist-Kollektion an. Zumindest teilweise. Find ich cool. Das war wirklich eine Half-Mission. Das war wirklich eine Half-Mission. Die Mykoniener können nicht die Garten klammern, bis diese Verwaltungen zuerst. Die Kolonisten werden die Garten klammern. Nicht die Infestoren zu ihnen. Nicht die Griege gewinnen. Die Garten klammern, die die Garten klammern. Die Garten klammern, die die Garten klammern. Die Garten klammern, die die Garten klammern. Okay. Also langsam entwickelt sich die Mission ja storytechnisch schon mal spannend. Umsetzung ist auch eigentlich ganz cool. Das in der Form hatten wir jetzt noch nicht gehabt. Das Gegner-Level ist einfach zu niedrig. Also da kommt jetzt keine Herausforderung auf, aber... Ansonsten? Das da könnte echt Laune machen. Just for fun spiele ich mal mit Waffen. Richtigen Waffen. Was wäre wohl passiert, wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre? Eine Tür wurde geschlossen. Zwei bleiben. Karrion. Wann der glattinose Freak, Herr Agnio, attackt diese Kolonie, ging er in die Tür. Sie hat diese Menschen geflascht. Und für was? Profit? Typische Korpus-Mindset. Hier ist das zweite Sicherheit-Game. Die Infestation der Kolonisten können ihn zu klammern. Wie das letzte Tor? Die sind doch noch bei dem Tor hier. Ah, wobei, Perrin's Sequence ist ja eine eigene Fraktion, also nicht Direktkorpus, genauso wie Steam Meridian und sowas. Also ich muss gestehen, ich hatte eigentlich angenommen, dass die Quest was zu tun hätte mit dem seltsamen Wesen, das in einem der Semaris-Scan-Zielen erwähnt wird, das die Korpus erschaffen haben und in der Lage wäre, andere Sonnensysteme zu bereisen. Also da bin ich gespannt drauf, was die daraus machen. Ich bleibe jetzt mal auf der Seite hier. Türen blockiert. Okay. Okay, interessant. Progresso, nur noch mehr zu gehen. Diese Menschen sind Überlebte. Über die Generationen haben sie geplant, lernen, zu leben in der Infestation. Um ein Leben ist alles, sollte man das Recht zu tun haben. Keine Frage nachzudenken. Wie die Perrin's Sequence. Sie waren Korpus-Rentz, aber sie auch sahen ein Zukunft, frei von der Korruption von Balthus-Greben. Wenn nur Herr Año das Fisch veröffentlicht hat. Korpus-Rentz! Immer wieder witzig. Geh die Verwaltungen! Hier kommen die Kolonisten. Sicher, dass sie ihren Job enden können. Korpus-Rentz! Korpus-Rentz! Nein! Witzig. dr D das auf Watch out! Was ist der da für eine Waffe? Ah, Zestral. Na, sind wir jetzt mal gespannt, was er uns erklären will. Was ist der? Na egal. Also ich würde einfach mal behaupten, die Telos-Boltes sind eine gute Wahl für diese Karte hier. Für die Mission generell. Muss ich mal unbedingt bei Gelegenheit ein aktualisiertes Bild zu machen. Getötete Gegner 253. Oh. Etwas mehr als erwartet. Ungefähr 200 mehr. So, dann mal schauen, was jetzt kommt. Na komm, du wolltest irgendwas erklären. Du hast mit dem Gelegenheit genutzt, Tenno. Aber jetzt müssen wir arbeiten, um die Mykonien zu retten und zurückzunehmen die Triuna. Die Sequen hat sich gebeten, um Anio an exorbitant Ransom zu verdienen. Aber er hat es geredet. Er braucht nicht Geld. Also haben wir keine Wahl, aber zu verabschieden Anio's Werte. Sein lief für Gämbling. Der einzige Chance für diese Leute zu retten, ist für dich zu retten, und die Banken in die Index. Geh, Glast. Meine Tenno hat bereits geholfen, und jetzt wollen Sie die in die Index? Das ist gefährlich. Glaublich, aber die Mykoniener haben keine Charity gefragt. Seine ancestrale Verständnis der Infestation kommt aus einer alten Kriegsrelik. Eine Relik, die ich kenne, wird von extremem Interesse für dich. Zurück die Tryona und die Relik wird dir sein. Eine fairer Kompensation für den Risiko. Okay, also jetzt kommt es zu den ganzen Index-Teilen und ich denke mal, da mache ich jetzt hier einen Schnitt und mache da draußen ein extra Video. Gut, ich hoffe es hat euch bis jetzt gefallen und bis nachher.